Ihr Monitoring lebt von den eingerichteten Suchprofilen. Sobald diese optimal eingestellt sind, erhalten Sie Ihre relevanten Ergebnisse aufgelistet und können diese weiterverarbeiten. In dieser kurzen Videoanleitung zeige ich Ihnen, wie Sie ein Suchprofil anlegen können und welche Punkte Sie bei der Einrichtung beachten sollten. Ein neues Suchprofil können Sie im Bereich Monitoring im Submenü Suchprofile über den Button Neues Profil anlegen. Nach dem Klick auf den Button erscheint eine Schritt-für-Schritt-Einrichtungsmaske. Geben Sie Ihrem neuen Suchprofil zuerst einen aussagekräftigen Namen, sodass Sie auf den ersten Blick wissen, welche Suchanfrage sich hinter dem Suchprofil verbirgt. Wählen Sie anschließend den Profiltyp über die Auswahlmaske rechts aus. Es gibt verschiedene Suchprofiltypen mit unterschiedlichen Leistungen. So gibt es zum Beispiel den Standardsuchmodus, der mit Suchzeilen arbeitet, den erweiterten Suchmodus Kombiprofile, mit dem Sie angelegte Suchprofile verknüpfen können, die Expertensuche, über die Sie lange Suchstrings einrichten können, unterstützend hierzu den Abfragengenerator, der Ihnen bei der Einrichtung der langen Suchabfrage hilft, und die Möglichkeit, Suchprofile in Gruppen anzuordnen. Auf alle Möglichkeiten gehe ich im Verlauf des Videos näher ein. Hinter den Suchprofiltypen Personen, Unternehmen, Themen, Produkte und Veranstaltungen verbirgt sich der Standardsuchmodus, welcher mit einer Suchzeilenlogik arbeitet. Das heißt, Sie definieren über Suchzeilen, nach welchen Suchworten die Fülle an Ergebnissen durchforstet werden soll. Die einzelnen Suchzeilen sind mit einer Oder-Logik verknüpft. Das heißt, das System wird jeweils nach Suchzeile 1 oder Suchzeile 2 oder Suchzeile 3 und so weiter durchsucht. In den Suchzeilen können Sie links im grünen Bereich die einzelnen Suchbegriffe definieren und rechts im roten Bereich Ausschlussbegriffe festlegen, welche in den gefundenen Treffern nicht vorkommen dürfen. Beachten Sie bitte auch die Suchtipps oben rechts in der Ecke. Hier finden Sie hilfreiche Informationen zu den möglichen Suchsyntax-Einstellungen, wie zum Beispiel die Phrasensuche oder die Umkreissuche. Bei dem Suchprofiltyp Unternehmen gibt es noch eine Besonderheit, nämlich die automatische Treffersuche. Bei der automatischen Treffersuche ist es lediglich notwendig, einen von Ihnen bestimmten Firmennamen einzutragen und schon erhalten Sie alle relevanten Informationen zu diesem Unternehmen in Ihrem Monitoring-Tool. Wenn Sie den Suchprofiltyp Unternehmen auswählen, öffnet sich nicht nur der Standardsuchmodus, sondern auch der Bereich Automatisch nach Treffern zu Firmen suchen. Sollte sich der Bereich bei Ihnen nicht zeigen, so steht Ihnen die automatische Treffersuche in Ihrem gebuchten Paket nicht zur Verfügung. Kommen Sie in diesem Fall einfach auf uns zu, wir beraten Sie gerne. Im Bereich Automatisch nach Treffern zu Firmen suchen haben Sie die Möglichkeit, auf einfachste Art eine effektive Überwachung von einzelnen Firmen oder ganzen Firmenlisten anzulegen. Geben Sie einfach in das Textfeld unter Nach Firmen suchen den Namen des Unternehmens oder der Unternehmen ein, die Sie überwachen wollen. Das System macht automatisch Vorschläge, welches Unternehmen in der Datenbank zu Ihrer Anfrage passt. Wählen Sie einfach das richtige Unternehmen aus den Vorschlägen aus und schon ist dieses in Ihrem Suchprofil mit integriert. Beachten Sie bitte auch hier die Suchtipps oben rechts in der Ecke. Hier finden Sie Infos darüber, wie Sie gezielt nach Unternehmen in der Datenbank suchen können oder Ihre Suche einschränken können, wenn die automatische Vorschlagsliste zu lang sein sollte. Neben den zuvor erwähnten Standard-Suchmodi bietet das System erweiterte Suchmodi an. Diese stehen Ihnen ab den Business-Tarifen oder als Zusatzleistung zur Verfügung. Gemeint sind die Suchmodi Kombiprofile und Expertensuche. Diese finden Sie ebenfalls in der Suchprofiltyp-Auswahl beim Anlegen von Suchprofilen. Ein Kombiprofil bietet zum Beispiel die Möglichkeit, verschiedene bereits angelegte Suchprofile miteinander zu kombinieren. So können Sie bestimmte Suchprofile immer wieder verwenden, um kombinierte Suchabfragen zu generieren. Haben Sie zum Beispiel ein Suchprofil, über das Sie Ihre Mitbewerber beobachten, und ein anderes, in dem Sie nur nach bestimmten branchenrelevanten Suchworten suchen? Kombinieren Sie diese einfach, um ein Ergebnis in einer Übersicht über Ihre Mitbewerber zu den branchenrelevanten Suchworten zu erhalten. Darf die Suchanfrage auch mal etwas komplexer sein? Hierfür steht Ihnen unsere Expertensuche zur Verfügung. Die Expertensuche arbeitet nicht wie der Standardsuchmodus mit einer Suchzeilenlogik, sondern Sie können hier mächtige Suchabfragen als Fließtext mit sogenannten Buhlschen Operatoren erstellen. Der Vorteil des Expertenmodus ist unter anderem der, dass Sie lange Suchstrings erstellen können und somit sehr gezielt Ergebnislisten erhalten. In den Suchstrings können Sie die Operatoren and, or, not und so weiter verwenden. Auch Klammersetzungen unterstützen dabei, die Suche zu optimieren und bestimmte Suchworte in ein auszumultiplizierendes Verhältnis zu setzen. Damit sparen Sie sich zum Beispiel Schreibarbeit, da Sie nicht jedes Wort mehrfach notieren müssen. Klingt das noch zu kompliziert? Kein Problem! Mit den Suchtipps oben rechts in der Ecke erhalten Sie alle Suchoptionen der Expertensuche in einer kurzen Übersicht dargestellt. Außerdem stellen wir Ihnen in den Expertenprofilen unseren Abfragengenerator zur Verfügung. Mit diesem Generator können Sie einfach und schnell komplexere Suchabfragen generieren und Ihren Aufwand minimal halten. Tragen Sie einfach links und rechts die Suchworte ein, die miteinander verknüpft werden sollen. Wollen Sie zum Beispiel zu den Politikern Angela Merkel, Sigmar Gabriel und Horst Seehofer Artikel finden, wenn die Politiker im Zusammenhang mit einer der Städte Berlin oder Hamburg erwähnt wurden? Geben Sie die Namen der Politiker in das linke Feld ein und die Namen der Städte in das rechte Feld. Dabei darf pro Zeile immer nur ein Suchbegriff oder eine Suchbegriff-Wortkombination stehen. Sollen die beiden Suchwortbereiche mit einer Endverknüpfung oder einer Nierverknüpfung kombiniert werden? Wählen Sie einfach den passenden Operator aus der vorgegebenen Auswahl aus. In unserem Beispiel verwenden wir den Nier-Operator, da wir die Suchworte links im Umkreis zu den Suchworten rechts suchen wollen. Optimieren Sie gegebenenfalls die Umkreissuche, indem Sie die Zahl, in welchem Umkreis die Suchworte zueinander stehen sollen, anpassen und klicken Sie auf Komplexe Abfrage generieren. Das generierte Ergebnis können Sie unkompliziert per Copy & Paste in Ihr Suchprofil übernehmen. Last but not least haben Sie noch den Profiltyp Group zur Auswahl. Über diesen Typ können Sie verschiedene bereits angelegte Suchprofile zu einer Suchprofilgruppe zusammenführen. Dies dient der besseren Übersicht in Ihrem Navigationsmenü auf der linken Seite. Gerade bei den Flatrate-Tarifen werden häufig viele Suchprofile angelegt. Wenn diese thematisch nicht zusammengefasst sortiert werden, kann dies schnell zu einer großen Unübersichtlichkeit führen. Nutzen Sie daher die Möglichkeit der Gruppierung, um sich leichter und schneller in Ihren Suchprofilen orientieren zu können. Denkbar wäre zum Beispiel, dass Sie abteilungsspezifische Suchprofilgruppen anlegen. So ist auf den ersten Blick klar, welches Suchprofil zu welchem Thema oder welcher Abteilung Ergebnisse liefert. Grundsätzlich können Sie jedes von Ihnen angelegte Suchprofil nachträglich bearbeiten, um zum Beispiel Optimierungen vorzunehmen oder Suchworte auszutauschen oder zu ergänzen. Öffnen Sie hierfür einfach das entsprechende Suchprofil und klicken Sie oben auf das Bleistift-Symbol rechts vom Profiltitel. Die Einstellmöglichkeiten des Suchprofils öffnen sich und Sie können das Profil nach Belieben bearbeiten. Sind noch Fragen zum Anlegen und Bearbeiten von Suchprofilen offen? Kommen Sie einfach auf uns zu. Wir stehen Ihnen gerne unterstützend zur Seite.